100 Jahre zurück und ich glaube auch, dass es einen Anspruch gibt für jede Generation, eigene Primorienprojekte zu entwickeln und eigene Visionen für die Zukunft in Tat umzusetzen und die Gelegenheit auch abzunehmen, wenn sie Gelegenheiten bieten, den Fuß einzuhalten und wirklich die Gelegenheit zur Nutzung der Abgehörigenprojekte zu unterstützen.